Das ist er, der brandneue Katalog Weihnachten 2019 und apropos Weihnachten. Wir hätten da ein brandneues Produkt, was dieses Jahr auf gar keinen Fall unterm Weihnachtsbaum fehlen sollte. Was brandneues und liebe Damen, liebe Ehefrauen, Sie werden die beste Ehefrau überhaupt sein, wenn das dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum liegt. Versprochen, stimmt es, Andreas? Jawohl, ein absoluter Profi-Quadrocopter, eine Profi-Drohne. Also nicht das, was man so im Krabbeltisch kennt, liebe Zuschauer, im Discounter, muss man wirklich so sagen. Wo Sie dann mitnehmen können, nicht hier für ganz, ganz schmales Geld, sondern das ist wirklich ein Profi-Gerät. Ich glaube, Sie können es auch erkennen. Schauen Sie mal die unverbindliche Preisempfehlung, normalerweise 600 Euro. Und jetzt für Sie mit dem neuen Katalog als Produktpremiere vor Weihnachten, vor den Festlichkeiten deutlich reduziert, dass man sagen kann, jetzt kann sich wirklich jeder da draußen, der schon immer damit geliebäugelt hat, Mensch, sowas möchte ich mir mal leisten. Aber nicht so ein kleines, günstiges Gerät, sondern ein richtiges Profi-Gerät, was aber auch bezahlbar ist. Dann ist das wirklich hier jetzt die Chance zuzuschlagen. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen hier einen Startvorgang, wir machen Ready for Takeoff. Und man muss eben dann auch sagen, und da reden wir gleich drüber, die technische Ausstattung, der ist extrem einfach zu fliegen. So, Rotoren starten und jetzt geht das los. Jawoll. Und der macht richtig Alarm, liebe Zuschauer. Wir haben hier einen Riesen-Akku drin, 7,4 Volt, 3600 mAh Leistung. Es ist kein Nickel-Magnesium oder auch so ein Handy-Akku, sondern da drin ist ein Lipo-Akku. Und Profis, Modellbau-Profis, die wissen, wenn ich sage Lipo-Akku, von was ich hier rede. Also wirklich hier ein Profi-Gerät. Dann, wir haben eine 4K-Kamera, 4K-Auflösung in einem Quadro-Copter. Das ist ein absolutes Highlight. Es sind übrigens mehrere Kamera drin. Wir haben eben auch noch eine zweite Kamera. Die kümmert sich hier um den sogenannten Optical Flow. Und das bedeutet, zu diesem 6-Achsen-Gyroskop kommt eben noch Optical Flow. Das heißt, die Drohne orientiert sich hier mithilfe einer Kamera. Wo bin ich? Wo befinde ich mich? Und wie ist meine Fluglage? Also wirklich hier eine Ausstattung allererste Sahne. Und jetzt schauen wir, Anne, wie stabil und wie einfach die zu fliegen ist. Und das für ein Profi-Gerät. Das ist wirklich der Hammer. So kennt man das doch von den Profis. Ich habe das schon ganz oft gesehen. Und wenn du die dann fragst, was hast du denn dafür ausgegeben? Dann sagt ja, über sowas redet man gar nicht. Weil das ist wirklich normalerweise unbezahlbar. Also wir haben gehört, 600 Euro unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Dann hier im Katalog für als Preishit schon 250 Euro. Und jetzt werfen Sie mal einen Blick auf unseren Preis. 237 Euro, das ist der Hammer. Versandkostenfrei jetzt sofort in die Leitung gehen. Und der räumt auch richtig auf. Hier, guck mal, schneidbar. Damit können wir Schnee räumen. Also die Rotoren, die machen hier richtig Alarm. Wir haben hier eine Steigungsfähigkeit. Achtung, festhalten. 120 Meter. 120 Meter. Also richtig hoch. Und aus einer Höhe von 120 Meter. 4K-Aufnahmen. Das ist traumhaft. Dann, wir können uns bis zu 300 Meter entfernen, wenn wir hier mit WLAN verbunden sind. Das ist nämlich auch noch möglich. Sie können hier in der Fernbedienung im unteren Bereich Ihr Smartphone einspannen. Da können Sie eben auch hier gleich die Aufnahmen festhalten. Und wenn Sie sagen, WLAN ist mir gerade im Moment gar nicht wichtig, dann können Sie sogar bis zu 500 Meter wegfliegen und haben hier die Möglichkeit, dann wirklich auf Distanz mal so ein richtiges Flugabenteuer zu erleben. Also das ist wirklich mein absolutes Highlight, wenn es um Technik-Gadgets für Männer 2019 geht. Und jeder, der sich das jetzt wünscht, das ist hier die Drohne, die Sie brauchen. Sie haben es gehört, ein Profigerät. Aber der Preis, der ist nicht professionell. Ganz im Gegenteil. Für 237,45 Euro ein absolutes Schnäppchen. Und für so ein professionelles Highlight sogar mit einem Lithium-Polymer-Akku, wie wir gerade schon von Andreas gehört haben. Das ist der Kracher. Brandneu bei uns. Das wird dieses Jahr, Weihnachten 2019, nur Freude in Tränen geben. Und der hat auch richtig Pumms hier. Ja, guck mal, hier sind 19 Uhr aus dem Studio, das ist der Hammer. Die Bestellner brauchen Sie noch. Die NX1489 und die 569. Wir können nur sagen, unbedingt jetzt sofort zugreifen, weil das macht auch richtig Spaß. Das macht höllisch Spaß. Also mit so einem Profigerät, ich muss wirklich sagen, ich bin ja schon viele Quadrocopter geflogen, aber das hier, ich war sofort begeistert. Ich bin draußen geflogen, ich habe ihn draußen getestet. Das ist genial. Da kommt ein Kollege raus, unser lieber Matthias, der Aufnahmeleiter. Der wollte den auch sehen. Also alle gleich hier Richtung Himmel geguckt. Boah, spektakulär. Das Ganze natürlich auch mit Beleuchtung. Und hier nochmal. Wenn der zu Ihnen nach Hause kommt, Sie werden am Gewicht, allein am Gewicht des Quadrocopters erkennen, was das für eine Qualität ist, was das hier für ein Profi-Quadrocopter ist. Und ich muss wirklich sagen, ich wünsche mir den auch. Der ist der Hammer. Also für den Preis ist es wirklich etwas ganz Besonderes, was Sie hier nach Hause bekommen. Und deswegen nutzen Sie da jetzt auch die Möglichkeit. Sie sehen ja auch schon das Faszinierende. Ich erlebe das ja auch immer, wenn ich zum Beispiel irgendwo im Park spazieren gehe oder vielleicht auch mal so über einen Gartenzaun schiele. Wenn da jemand so eine Drohne hat, der bleibt nicht lange alleine. Da gibt es dann immer neugierige Blicke und eine Traube ringsherum. Alle wollen schauen und staunen. Das ist Spielzeug für große Jungs, oder? Das ist absolut. Und nicht nur für die. Also hier ist, man muss sagen, es ist ein Profigerät. Also wenn Sie sagen, Mensch, mein Enkel oder auch hier mein Sohn, der hat schon immer mal gesagt, so was würde ich mal haben. Aber hier richtiges Profigerät. Dann, liebe Zuschauer, ich würde das wirklich nur unter Aufsicht machen. Weil das ist ein Profigerät. Also immer dabei sein. Und wenn Sie jetzt wirklich als große Jungs sagen, Mensch, eine Profi-Drohne für den Preis, für diesen exklusiven TV-Sonderpreis, haben wir jetzt für Sie gemacht, extra vor der Weihnachtszeit. Und eben jetzt auch mit der Einführung des neuen Katalogs für Sie also jetzt wirklich hier ein wunderbar geschnürtes Gesamtpaket. Da muss man einfach zugreifen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, liebe Zuschauer, so eine Drohne, die werden Sie für den Preis nirgendwo anders finden. Ja, bin ich mir auch ganz sicher. Nicht mal mehr bei uns im Pearl-Katalog. Sie sehen es ja, 600 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Jetzt hier nicht für 250 Euro wie im Katalog, sondern bei uns für 237,45 Euro. Und Sie sehen das auch, wie stabil der liegt. Mit seinem Brushless-Motor, mit seinem bürstenlosen Motor. Und das nutzen eben auch die Profis. Ja, übrigens, liebe Zuschauer, wenn Sie sagen, ich bin noch nie eine Drohne geflogen, überhaupt kein Problem. Sogar Anfänger können hier diesen Quadrokopter steuern. Warum? Weil wir eben diese tolle Technik verbaut haben, wie Sechs-Achsen-Gyroskop, wie Optical Flow. Also es ist wirklich ganz, ganz kinderleicht, diesen Quadrokopter in die Lüfte zu heben. Und wir haben, wenn Sie sagen, starten und landen, traue ich mir vielleicht am Anfang noch nicht zu. Wir haben eine Startautomatik und eine Landeautomatik. Das heißt, wenn Sie hier aufs Knöpfchen drücken, dann landet hier der Quadrokopter automatisch an Ort und Stelle. Also auch hier wurde auf die Sicherheit geachtet, damit man wirklich hier auch, jetzt nehmen wir mal an, der fliegt 350 Meter weg, damit Sie dann auch wirklich sagen, wenn ich ihn nicht mehr sehe, dann sollte ich an Landen denken. Hier wurde wirklich an alles gedacht. Und sogar, dass es bezahlbar ist. Versandkosten gehen übrigens auch auf uns. Sie wissen ja, ab 150 Euro zahlen wir die Versandkosten. So, und jetzt haben Sie die Möglichkeit. Das ist der Quadrokopter, der macht 4K-Aufnahmen. Das ist das, womit Steven Spielberg seine Filme dreht. Ja, ultrascharf. Und ja, Sie drehen jetzt Ihre eigenen Filme vom Garten, filmen Sie mal Ihr Haus von oben. Das ist richtig cool und interessant. Und glauben Sie mir eins, Sie werden da nicht alleine sein. Oder zum Beispiel auch Silvester, Feuerwerk, kann man ja auch mitmachen. Kann man alles mitmachen. Und wenn man hier jetzt zum Beispiel im Sommer mit dem Rad unterwegs ist, Sie können den Quadrokopter so programmieren, dass der Ihnen folgt, dass der Ihnen hinterher fliegt und wirklich dann die Radtour, die Skiabfahrt, die Autofahrt. Wirklich auch filmt Autofahrt natürlich nur auf einer abgesperrten Rennstrecke, muss man dazu sagen. Aber all das kann dieser Quadrokopter. Hier ein absolutes Profi-Highlight. Jetzt endlich bezahlbar. Wir haben hier wirklich alles drin, was ein Quadrokopter im Jahr 2019 leisten muss. Und dazu eben auch noch eine richtig, richtig tolle Qualität. Qualität zum kleinen Preis, nicht für 600 Euro, nicht für 250 Euro wie im Katalog, sondern für 237 Euro. Das heißt, jetzt ist die Möglichkeit gekommen, brandneu, im brandneuen Katalog. Und Sie machen ab sofort Profi-Aufnahmen und haben dafür keine 600 Euro ausgegeben, sondern jetzt für kleines Geld 237 Euro. Mit der Bestellung NX 1489 und der 569 kommt diese wahnsinnig rattenscharfe Drohne zu Ihnen nach Hause. Das ist der Knaller. Ab sofort nehmen Sie Ihre eigenen Filmchen auf Silvester, das Feuerwerk. Und jetzt aber erst mal ganz schnell zum Telefonhörer greifen und anrufen. Viel Spaß.